Dem Anwalt Lawson Russell wird die Zulassung entzogen. Kurz darauf bekommt er Besuch von einem Fremden. Es ist ein Roman, mein erster. Ein Roman? Ja, ich habe ihn erst kürzlich beendet. Ich alter Feigling habe keiner Menschenseele davon erzählt. Das Buch, ein Meisterwerk. Veröffentlicht unter seinem Namen, wird es zum Bestseller. Lawson Russell? Wer will das wissen? Ich bin der Typ, den Sie verarschen wollten. Es geht um Ihr Buch, Lawson. Alle fünf Morde in Ihrem Buch sind wirklich passiert. Ich habe das Buch nicht geschrieben. Ich habe es von einem alten Mann in Key West bekommen. Kann Lawson seine Unschuld beweisen? Von der Polizei verfolgt, ist er auf sich allein gestellt. A Murder of Crows bei Ebro.